Hallöchen ihr Lieben und Willkommen hier zurück in Minecraft. Ja, wir sind gerade bei mir im Lager. Ja, wie ihr seht, leichte Baustelle. Ich möchte hier ein wenig, ja, umbauen, würde ich das dem einen oder anderen sagen. Die würden wahrscheinlich mit den Ohren schlackern, denn, ja, ich bin es ein bisschen leid hier mit den Öfen. Denn, ich meine, das ist so eigentlich ziemlich praktisch, aber immer alles neu und, sage ich mal, manuell da reinstopfen, ist ein bisschen blöd. Und ich habe halt gesehen, dass, ja, man automatische Öfen bauen kann. Und das möchte ich, ja, gerne probieren. Denn während ich auf Buddeltour bin oder so, kann man dann schön in Ruhe da zu Hause alles kochen lassen oder so. So, ja, aber ich bin wegen was anderem hier. Und zwar haben wir heute zwar keinen Samstag, aber wir können noch eine glückliche Glückskiste bei Nielse öffnen. Und, ja, das haben wir nämlich am Samstag vergessen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Oh, Sotura war schon da. Und wer war da noch? Kolomir. Also, das Geschwisterpaar war schon hier. Ja, welche nehmen wir denn dann? Ich glaube, auf der linken Seite hatten wir noch nichts, oder? Nehmen wir mal die hier. Ich bin sehr gespannt. Jawohl, keine pinke Schrift. Das ist sehr gut. Oh, schön. Also, solange ich nicht so Äpfel oder sowas habe, nur Äpfel. Also, er müsste echt mal eine da reinhauen, die ziemlich so zonkartig. 22 EP-Flaschen. Die tun wir direkt mal in meine Kiste nachher. Ähm. Ja. Mittlerweile weiß, glaube ich, fast jeder hier auf Secret Craft, dass ich voll auf Eisen hier abfahre. Aber, ja. Gut, okay. Dann würde ich sagen, war es das erstmal hier von Nielse. Mit seinen wunderbaren, glücklichen Glückskisten. Und, ja, mal schauen, was wir nächstes Wochenende so Schönes drin haben.